Der QR-Code auf dem Knöllchen funktioniert eigentlich ganz einfach. Sie kommen zum Fahrzeug, finden Ihre Verwarnung vor. Im ersten Moment ärgern Sie sich sicherlich, aber dann können Sie im zweiten Moment relativ schnell mit einem QR-Code-Scanner, einem handelsüblichen und Ihrem Smartphone die Bezahlung einleiten. Das funktioniert so, dass Sie den QR-Code auf dem Knöllchen abscannen. Dort kommen Sie auf eine Landingpage, die informiert Sie nochmal im Auftrag der jeweiligen Stadt darüber, was vorgefallen ist, welcher Tatbestand vorliegt und welche Gebühren Sie zu entrichten haben. Und dann können Sie die Gebühren einfach per Paypal-Konto oder auch sofort überweisen oder GiroPay bezahlen. Ein Knöllchen an der Windschutzscheibe, auch das noch. Bei all dem Stress kann Herr Bern nur hoffen, dass er nicht vergisst, den Strafzettel zu bezahlen. Doch Frau Lein hat eine gute Nachricht für ihn. Ab sofort geht das Bezahlen des Strafzettels ganz schnell und einfach. Dank des Bezahllotsen von Trafgo Road. Und so funktioniert's. Auf dem Strafzettel befindet sich ein QR-Code. Den scannt Herr Bern mit Hilfe einer Scanner-App. Und landet dann auf der Begrüßungsseite seiner Stadt. Hier sieht er nochmal alle wichtigen Zahlungsinformationen, die vom Bezahllotsen an Paypal weitergeleitet werden. Jetzt kann Herr Bern ganz bequem bezahlen. Er muss sich lediglich bei Paypal einloggen. Danach erhält er eine Zahlungsbestätigung per E-Mail und kann den Strafzettel guten Gewissens vergessen. Über den Bezahllotsen freut sich nicht nur Herr Bern, der jetzt ganz bequem, schnell und sicher seine Strafzettel bezahlen kann. Auch Touristen aus aller Welt können den Bezahllotsen nutzen. Und für seine Stadt liegen die Vorteile auf der Hand. Für die öffentliche Verwaltung sinkt der Nachbearbeitungsaufwand extrem, da es zu keinen Falschüberweisungen mehr kommt. Weil Strafzettel so bequem bezahlt werden können, sinkt der Mahnaufwand deutlich. Noch dazu landet das Geld mit Paypal sofort in der Stadtkasse. Und die Stadt bietet ihren Bürgern einen innovativen Service. Mit dem Knöllchen nicht nur schnell von der Scheibe verschwinden, sondern vor allem aus dem Kopf. Ja, wir haben mit unserem Produkt, dem Bezahllotsen, einen Preis gewonnen in Berlin, den Urban Telematics Award. Und das ist natürlich ein Preis, auf den wir recht stolz sind und freuen uns, dass unsere Innovation so gut ankommt.